In diesem Vorlesungsvideo geht es nun um die nächste wichtige diskrete Zufallsverteilung, die sogenannte Bernoulli-Verteilung. In den folgenden Minuten werden Sie also lernen, was diese Verteilung ausmacht und wie Sie sie ganz schnell identifizieren können. Sehen wir uns das mal gemeinsam an. Eines der wichtigsten Identifikationskriterien für eine Bernoulli-Verteilung ist, dass Ihre Zufallsvariable x nur zwei Ausprägungen besitzt. Es kann entweder 0 oder 1 sein. Und 0 steht in diesem Fall für einen Misserfolg, 1 für den Erfolg. Das Ganze ist also binär definiert. Sie können zum Beispiel sagen, Ihre Zufallsvariable x ist, die Person ist weiblich. Wenn Ihre Zufallsvariable den Wert 1 annimmt, liegt ein Erfolg vor, die Person, die Sie betrachten, ist tatsächlich weiblich, nimmt sie 0 an, ist es ein sogenannter Misserfolg, weiblich trifft nicht zu, es handelt sich also um männlich oder divers. Statt Erfolg können Sie sich auch Ja und für den Misserfolg Nein vorstellen, je nachdem, wie Ihre x-Variable definiert ist. Wir haben auf jeden Fall nur zwei Ausprägungen und es ist rein binär 0 oder 1. Da 1 ja auch der Erfolg ist, macht es doch Sinn, direkt zu wissen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg und bei der Bernoulli-Verteilung wird diese Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable den Wert 1 annimmt, als p definiert. Nachdem wir das nun wissen, interessiert uns doch als nächstes, wie denn die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion einer solchen Bernoulli-Verteilung aussieht. Und das sehen wir auf dieser Folie. Klein f für die formale Abkürzung für die Wahrscheinlichkeitsmasse, das Kürzel be steht für die Bernoulli-Verteilung und wir müssen hier nun neben der Realisation Klein x, die wir betrachten, zusätzlich unseren Parameter angeben, den einzigen Parameter der Bernoulli-Verteilung, p, die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg. Und im Falle des Misserfolges, also für x gleich 0, da beträgt die Wahrscheinlichkeit 1 minus p bei einem Erfolg, das wissen wir bereits, für x gleich 1 ist das Ganze p und 0 sonst. Wenn wir das nun grafisch abtragen möchten, sehen wir jetzt hier unsere Realisation wieder auf der x-Achse 0 oder 1 und auf der y-Achse sehen wir die entsprechende Wahrscheinlichkeitsmasse dazu. Wir sehen jetzt, in dieser grafischen Abbildung ist die Wahrscheinlichkeit für unseren Erfolg kleiner als die Wahrscheinlichkeit für unseren Misserfolg. Nachdem wir nun wissen, wie die Bernoulli-Verteilung definiert ist, was sie ausmacht, wie die Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion aussieht, ist doch als nächstes wieder interessant, was Erwartungswert und Varianz für eine solch verteilte Zufallsvariable sind. Und das sehen wir hier. Der Erwartungswert für eine Bernoulli-Verteilung lässt sich auch sehr, sehr einfach berechnen, denn im Grunde müssen Sie dafür gar nicht rechnen, das ist nämlich einfach p. Warum muss das so sein? Das liegt daran, wie überhaupt unsere einzelnen Größen definiert sind. Wir wissen, es gibt nur zwei Realisationen und wir wissen, der Misserfolg tritt mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p ein und der Erfolg tritt mit Wahrscheinlichkeit p ein. Das fällt aus und was übrig bleibt, ist einfach p und dementsprechend muss das unser Erwartungswert sein. Wie sieht das mit der Varianz aus? Die Formel für die Varianz sehen Sie schon hier. Das ist einfach p mal 1 minus p. Unser Erwartungswert ist p. Den können wir doch einsetzen, so wie wir das schon aus der Varianz kennen. Machen wir das mal hier im Blau. Das sehen wir hier und wir sehen es hier. Und wir gewichten mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten 1 minus p dafür, dass wir einen Misserfolg haben und p für den Erfolg. Und hier vorne steht dann noch unsere Realisation. Sie erinnern sich hoffentlich, Varianz war immer ihr x-Wert minus dem Erwartungswert zum Quadrat mal der Eintrittswahrscheinlichkeit. Und das haben wir jetzt hier auch einfach für unsere Formel umgesetzt. Für den Misserfolg steht hier 0, für den Erfolg steht hier 1 und das, was übrig bleibt, ist exakt die Formel für die Varianz, die hier oben steht, diese Formel für die Varianz. Grafisch sieht das Ganze für die Varianz dann so aus. Wir haben hier die p's abgetragen. Bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,5 haben wir hier eine Varianz von 0,25. Bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 1, da wissen wir ja schon, was passiert. Wenn was mit 100%iger Wahrscheinlichkeit passiert, dann gibt es da natürlich auch keine Varianz. Und bei einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0, auch da wissen wir schon, was passiert. Wir haben also in jedem Fall einen Misserfolg. Die Varianz existiert in diesem Fall natürlich auch nicht. Jedes Mal gibt es da einen Misserfolg. Für einen Wert von beispielsweise 0,3, bei welcher Varianz würden Sie da landen? Wir können das hier einmal kurz einzeichnen. Das wäre dann hier irgendwo V von x wäre dann in dem Fall 0,3 mal 1 minus 0,3, also 0,3 mal 0,7, das sind 0,21. Jetzt wissen Sie, was dahinter steckt, wie das Ganze definiert ist. Damit sind wir jetzt auch schon an dem Ende des Videos zur Vernulliverteilung angelangt. Sie sollten mitnehmen, dass es sich bei der Bernoulli-Verteilung um eine sehr wichtige diskrete Verteilung handelt, bei der es nur zwei Ausprägungen gibt, also Ihre Zufallsvariable, die Bernoulli verteilt ist, die kann entweder nur 0 oder 1 annehmen. x gleich 1 zeigt Ihren Erfolg und 0 den Misserfolg. Sie sollten mitnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg in der Bernoulli-Verteilung im Vorhinein festgelegt ist, das ist Ihr p und dass, wenn Sie Ihr p kennen, Sie natürlich auch gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit des Misserfolges kennen. Sie wissen ja, das Ganze ist binär, also muss es 100% minus Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit sein, 1 minus p. Zudem wissen Sie nun, dass der Erwartungswert der Bernoulli-Verteilung p ist und dass Sie die Varianz einfach über p mal 1 minus p berechnen können.